Hallo liebe Zuschauer, hier ist wieder euer Rainer Ernst. Das europäische Stromnetz kann zusammenbrechen, aber Fuchstal steht. Ja man, steht ihr Fuchstal? Das ist wie Helmsklamm bei der Ringe. Das ist eine uneinnehmbare bäuerische Energiefestung. Da kann der Putin kommen, da könnte Stalin kommen mit seinen Divisionen. Fuchstal wird stehen wie eine Mauer. Alles klar. Ja, was Scholz mit der Leopard 2 Lieferung riskiert. Ach, ja, ja, alles klar, das ist schon gar nicht mehr kommentierungswürdig. Ähm, das Maß ist voll. Friedrich Merz sieht in seiner Partei keinen Platz mehr für Verfassungsschutzpräsident Maaßen. Von dem Ziel die Ergebnisse der AfD zu albieren, verabschiedet sich der CDU-Chef in das. Ja, jetzt hat er das Ziel, die Wahlergebnisse der CDU zu albieren. Und ist das schon cool. Ich meine, in Maaßen wurde er zum Chef der Werteunion gewählt. Ich meine, ich wähle nicht CDU, ich bin auch nicht konservativ, aber trotzdem finde ich es irgendwie cool. Die Vogue-Star regen sich auf. Alles, was die Vogue-Star ärgert, das gefällt mir. Fünf Fehler in zwei zynischen Sätzen. Ach, Christian Stöcker, du bist ein Dummbrot, du wirst nie irgendwas Kluges schreiben. Ich habe die Hoffnung schon aufgegeben. Die Zahl der Messerübergriffe und in Zügen und Bahnhöfen hat sich mehr als verdoppelt. Warum gerade Messerangriffe? Wisst ihr, damals noch so, vor vier, fünf Jahren, habe ich ja meinen Disc-Kanal gegen Tim Kellner und solche Leute gemacht. Damals habe ich mich noch lustig gemacht über irgendwelche Messerattacken. Seht ihr, mittlerweile, ich habe keine Ahnung, soll ich mich jetzt entschuldigen beim Tim Kellner? Oh, tut mir leid, dem Kellner die Messerattacken, dem Kellner voll der Nostradamus, oder was? Er hat vorhergesehen, dass es dazu kommen würde. Zelensky setzt Sanktionen in Kraft. Ach, Zelensky, du armer Furz aus der Ukraine. Alter, Melnyk wünscht sich deutsches U-Boot fürs Schwarze Meer. Ja, aber hatten wir das Thema nicht schon längst? Melnyk ist ein Holocaust-Leugner und ein Nazi. Wieso bekommt dieser Nazi Melnyk eigentlich immer wieder, keine Ahnung, ich wünsche mir auch ein deutsches U-Boot für meinen Garten, oder, keine Ahnung, was ich mir wünsche, oder, ich wünsche mir, dass ich geil finde, nicht gerne so, so ein Tiger in meinem Garten in Montenegro, so, im Haus, vor dem Haus meiner Eltern. Seht ihr, so ein original deutscher Tiger von damals, so ein Königstiger, und dann baue ich ihn aus zum Wallpool, so, und so weiter. Aber irgendwie komme ich damit nicht in den Spiegel mit meinen Wünschen, aber so ein Holocaust-Leugner, der kommt in den Spiegel. Und dann haben wir hier, dieser ukrainische Oberst fängt russische Drohnen vor Kiew ab. Ach, Junge, die Energieversorgung der Ukraine ist komplett zerstört. Ich habe, äh, heute Morgen, als ich aufgestanden bin, habe ich so einen Podcast geguckt mit Dirk Pohlmann, in dem alten, tiefen Staat, tiefen Staat-Penetrator. Die Ukraine hat mittlerweile nur noch 23 Millionen Einwohner. Seht ihr, so nachhaltig ist die Zerstörung der ukrainischen Infrastruktur. Und jetzt zeigen sie mir hier diesen Zipfel-Mützen-Zupfer, der sich nicht mal traut, seine Fresse zu zeigen. Und ja, sein Kampfname ist GIF und er macht 200 Liegestütze. Wahrscheinlich kann er, versteht ihr, wahrscheinlich kann er mit seinen Arschbacken Kokosnüsse knacken. Aber trotzdem hat die Ukraine nur noch 23 Millionen Einwohner. Vor der, der Krieg da angefangen hat, die Invasion, waren es, äh, 43 Millionen Einwohner, 20 Millionen Einwohner. Hier, machen wir 400 Liegestütze am Tag. Vielleicht spawnen ja ein paar Millionen Einwohner nach. Äh, General der US Air Force erwartet in zwei Jahren Krieg mit China. Soll ich schon mal was sagen? Guck mal, ich meine, ihr habt es ja mitbekommen. Normalerweise ist ja der Status Quo, ähm, zwischen China und Taiwan ist ja fest irgendwie. Schon seit 1947 oder sowas. Und jetzt mussten ja die Amis unbedingt Pelo, sie mussten ja unbedingt hin. Und die Amis mussten großes Maul haben in der Taiwan-Fase. Das wäre doch wirklich die Ironie der Geschichte. Wenn jetzt wirklich in zwei Jahren China in so einer krassen Landeoperation. Ich, du meinst, ich weiß, das ist nicht lustig. Also, das ist ein todtrauriges Thema, genau wie mit der Ukraine. Aber das wäre doch, wäre doch wirklich super, super krass. Wenn dann so voll das Massaker, alter, irgendwelche Flugzeugträger werden versenkt. Millionen Chinesen, Mercedes, eine Milliarde Chinesen, kommen so, kommen so angeschwommen mit dem Lunchpaket auf dem Rücken. Und, ähm, stellen in Taipei einen Antrag auf Hartz IV, so nach Motto. Ja, ja, zwei Angriffsversuche im Westjordanland. Israel will gegen, ach Israel, alter das Fehler, halt doch deinen Maul, Israel. Ein Flüsterer für künstliche Intelligenz gesucht. Ja, ja, Hauptsache so eine komische Trulla. Ah, und seht ihr das hier, das ist ja zu geil, wenn Freizeitermittler Nazis stoppen. Wen wollt ihr denn da stoppen, ihr Hungs? Genauso wollt ihr doch die NAFO, die ganzen Putin-Trolle stoppen. Wisst ihr was? Mittlerweile, wenn ich diese dummen Hunde sehe, also dieses dumme Hunde-Iken, dann tue ich direkt Blockliste. Die müssen nicht mal was sagen, ich muss nur sehen irgendwo, Blockliste, Blockliste, Blockliste. Und mein neuestes Projekt war Schurki, der Verräter. Schurki, hörst du mich? Du dicker Verräter, du hast mich verraten. Ich hab so ein neues Projekt, ich bau mir jetzt, also ich will meine Blockliste, dann anfangen zu sharen, versteht ihr? Das ist mein Einfachung, genau so werde ich es mit Anonymous machen. Ich warte nur drauf, dass die irgendein Erkennungssymbol haben, diese Hungs, weil, versteht ihr, das sind dann so Horste, das hast du jetzt Twitter voll auf. Du postest irgendwas, deine Meinung. Du willst, du willst nicht diskutieren, versteht ihr? Ich will eh nicht diskutieren. Es gibt irgendwelche intelligenten Menschen, mit denen will ich diskutieren, aber mit irgendwelchen ideologisch angespitzten Horsten, wie zum Beispiel der Nafo. Die mir dann erzählen, warum unterstützt du Putinskinozid in der Ukraine. Ist ja gut, Vollmung. Ist ja gut. Geh erstmal, keine Ahnung, nimm erstmal deine Pillen und dann, und trink mal ein paar Wodka ein daher und dann wird die Welt anders sein. Aber ich kenne keinen Bock, mit denen zu diskutieren. Und genauso ist es auch mit Anonymous, ey, dieses Anonymous, ihr müsst euch vorstellen, es gab ja dieses Anonymous-Hacker-Kollektiv. Das wurde ja anscheinend zerschlagen vom Staat, da gibt es ja auch irgendwelche, irgendwelche Gerüchte. Und jetzt ist Anonymous, es gibt jetzt so ein linksgrün versifftes, so ein Vokies-Anonymous. Ey, das ist so ein peinlicher Verein. Ich meine, die posten nur Schwachsinn. Und jetzt so nach dem Motto, jetzt ist Nafo tot, versteht ihr? Das mit diesen Hunden ist out. Und jetzt kommen sie einem so auf der Schiene, jetzt sind sie die großen Nazi-Jäger. Nachdem sie ja auch an der Anti-Putin-Front verloren haben, also ich poste meine Meinung zum Ukraine-Krieg ungebrochen, versteht ihr? Ich meine, ich kenne ja die Regeln, ich bin schon lange genug in sozialen Netzwerken unterwegs. Und jetzt, nachdem ja Musk Twitter übernommen hat, kannst du ja, also außer wenn du jemanden mit Gewalt drohst. Das ist die letzte Grenze bei Twitter, wo du heute noch geblockt werden könntest oder gebannt werden könntest dauerhaft, wenn du irgendwelche Gewalt drohungen von dir gibst, aber wenn du das nicht machst. Ich meine, warum sollte man sowas machen? Man ist ja nicht dumm, so nach dem Motto. Dann können sie dir eh nichts. Und so weiter und so fort. Und jetzt werden sie so, jetzt werden sie so den ganzen Leuten, jetzt werden die ganzen Nafo-Vollidioten, so irgendwelchen Anonymous-Vollidioten, die so, wir sind Anonymous, wir sind die Hidden Power und wir werden irgendwelchen Leuten auf den Arsch gehen, wie Klaus Schwab und das World Economic Forum kritisieren. Ja, ja, meine lieben Nafo, ja, ja. Ich hatte so einen Post abgesetzt, da habe ich so geschrieben, gerade in diesem Forum da, von wegen, ja, dumme, dumme, langweilige, also diese dummen, nervigen Hunde von der Nafo. Und da habe ich Dysikes bekommen, so nach dem Motto so, 0 Likes, 300 Dysikes. Alles klar, Nafo. Alles klar, liebe, liebe grüne Jugend mit eurer WhatsApp-Trollgruppe. Ja, ja. Stigmatisierte Mütter, ja, Mann, Mütter sind alles Mütter, die sich scheiden lassen, sind alle Punkt, Punkt, Punkt. Und diskreditierte Väter, seht ihr, jetzt schüren sie hier schon wieder, das ist Sexismus. Wisst ihr eigentlich, ich habe jetzt erst herausgefunden, was Sexismus bedeutet. Sexismus ist die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihres Geschlechts. Seht ihr, gewalttätige Väter. Es gibt keine gewalttätigen Väter. Habt ihr Hetzjagten gesehen? Ich habe keine Hetzjagten gesehen. Ich habe noch nie von irgendwelchen gewalttätigen Tätern gehört. Das sind alles irgendwelche Mythen, die haben sich irgendwelche Punkt, Punkt, Punkt mit daraus gedacht. Ah, Todesschütze von Nürnberg, Kanaren, Polizei, 4,5 Tonnen Kokain, das ist aber eine dicke Nase. Taumelnd an der Spitze. Michener Remy gegen Frankfurt interessiert mich nicht. Freddy Bobic, ja, hat ich gut gehalten. Ich darf Arbeitgeber bestimmen, was ich in meiner Freizeit mache. Seht ihr, Manuel Neurer verletzt sich beim Skifahren und fällt monatelang aus. Und Serge Gnabry, ja, keine Ahnung. Unglaubliche Geschichte einer italienischen Pendlerin, die pendelt 1600 Kilometer am Tag. Hm, alles klar. Das ist ein Scheiß. Tom Verlaine ist tot. Ja, wie toll. Also, das mit diesen Todesanzeigen. Das ist ja gut und schön. Das kenne ich noch aus dem reale existierenden Sozialismus. Da hat man auch immer Todesanzeigen aufgegeben in irgendwelchen Tageszeitungen. Ist auch gut und schön. Aber irgendwie wäre es cool, wenn ich die Leute mal kennen würde. So, keine Ahnung, steht vielleicht einmal im Jahr einer, der ich kannte. Der da, das habe ich noch nie gehört. Einflussreiche, einflussreiche Bands in den 70er Jahren. Alter, in den 70er Jahren. Da reicht noch nicht mal geplant, so nach dem Motto. Frauen von der Dragonswooksport. Ja, ja, irgendwelche Trollers, die Kaffeekränzchen machen. Und ein großes Maul haben. Alles klar. Er kann ihr die Affäre verzeihen, aber er kann sie nicht vergessen. Was ein Quatsch, versteht ihr? Wenn ihm doch Treue wichtig ist und sie untreu war, dann soll er sich trennen und sich eine Frau suchen, die nicht untreu ist. Weil, versteht ihr, wenn ein Mensch, dass Menschen dich enttäuschen, kann passieren. Das kannst du nicht verändern im Leben. Aber wenn sie dich zweimal enttäuschen, also, wenn du ihnen die Chance gibst, dich nochmal zu enttäuschen, dann bist du immer nur dumm. Schwarzbär schießt 400 Selfies. Ja, aber ich würde sagen, es kommt eher auf die Qualität an. Das da, das kann er sich schenken. Ah, seht ihr? Frank H. Lefeld. Ja, das haben wir von der Frauenquote. Die hat die Rote Armee Fraktion und die Rote Armee verwechselt. O.M.G. Das ist Generation, dumm, aber Telegen, versteht ihr? Das sind die Maya Goeppels und wie heißt die andere Trollader noch? Und die Alena Burkse von heute. Jungs, nichts zu mir. Aber Hauptsache Telegen und ihr gewinnt sich auf Frauenquote. Wie ein Audi-Fahrer an seinem teuren Elektroauto verzweifelt. Ha, ha, ha. Ich will mir jetzt ein Auto kaufen. Glaubte, ich kaufe ein Elektroauto? Niemals, Alter. Putin ist absolut fähig, Atomwaffen zu gebrauchen. Die Frage ist, was er davon hat. Ja, überlasst das mal Putin, wenn es soweit ist. Schön, seht ihr? Oh. So. Nicht der Chuck Knowles Roundhouse-Kick. Wie Liebe auf Dauer funktionieren kann. Deutschland letzte Runde. Die Bäckerei macht zu. Die Postfiliale bleibt geschlossen. Und jetzt hört auch unser Zusteller Herr Stör auf. Das ist krass so, ne? Ich wohne ja hier in so einem Einkaufszentrum. Also, ich habe schon perfekte Einkaufsmöglichkeiten. Glaubt ihr mir? Ich finde kein leckeres Brötchen mehr in meinem Zentrum. Ich finde kein leckeres Brötchen. Das ist unglaublich. Ich habe mittlerweile angefangen, wieder Toastbrot zu essen. Ich habe jetzt so einen George-Formen-Grill mir geholt. Ich grille mir da morgens mal ein Toastbrot. Wer ist Toastbrot? Jetzt haben sie, seit sie, wisst ihr, ich habe mich voll gefreut, als sie diese Ampel-Kennzeichnung da eingeführt haben mit diesen Farben. Aber jetzt haben diese ganzen Hersteller angefangen, irgendeinen Dreck in die Produkte zu mischen, damit sie gelb oder grün bekommen. Bei dieser Einstufung. Ah, das ist völliger Bullshit. Das ist völliger Bullshit, versteht ihr? Was soll das? Natürlich, Brot macht dick. Du sollst nicht viel Brot essen. Aber was habe ich jetzt davon? Wenn ich dann am Ende irgendwelche Teigprodukte habe, die haben alle irgendwie Status Grün und Status Gelb, aber schmecken wie Kacke. Bööö. Sachsen, ah, das finde ich zu geil hier mit dem Thomas-Sicher. Das habe ich gelesen vor zwei, drei Tagen. Da haben sie in Sachsen so einen Umzug gemacht. Da hatten sie einen Wagen, da hatten sie einen Marterfall und an dem Marterfall war so ein Typ, der war bunt gekleidet, versteht ihr? Also, woke, woke am Marterfall. Alter Schwede. Uiuiui. Hickhack, der Ampel blockiert die FDP. Ja, ja, die FDP ist ja so böse. Sieh was? Nächste Wahl will ich die FDP. Anschläge in Jerusalem. Netanjahu kündigt starke Antwort. Ach, Netanjahu, halt dein Maul. Unglück in sie, Thüringen, Geschwister tot im Stausee, wohl im Eis eingebrochen. Ja, Pech gehabt. Ja, was sollst du auch heutzutage auf irgendwelchen Stauseen rum, wie blöd kann man nur sein? Aha, Marstens neuer Chef der Wertung und ja, ja, ihr Knechte, stolz zutiefst erschüttert. Erschüttert, ja, aha, was ist mit den, was ist mit den sieben Verletzten und zwei Toten da in einem Zug in Deutschland? Da ist er nicht erschüttert. Versteht ihr? Ich meine, das sind den braunen Onkels, die heulen ja immer rum über dieses Thema. Scholz ist erschüttert über Anschläge von einem Palästinenser mit Messer in Jerusalem. Aber über irgendwelche Anschläge eines Palästinensers mit einem Messer in Deutschland ist er nicht erschüttert. Naja, also irgendwie kann ich die braunen schon verstehen, so. Ich will ja nichts sagen. Versteht ihr, jetzt bin ich wieder ein Fall für Anonymous, muss mir irgendwelche dummen Kommentare von denen anhören. Netanjahu, das hatten wir schon. Ach, Inside Austria, das ist sowieso ne Hetze halt. Bilder der Woche, Frauen, die im Käfig kämpfen. Ja, finde ich gut so. Frauen, die aufs Maul bekommen. Geht mir einer ab, versteht ihr? Aufräumexpertin Marie Kondo, mein Zuhause ist unordentlich. Weckert deinen Arsch, du faule Schlampe. Europapokalsieger aus Schottland, Everdeen, Feuertrainer, 19 Minuten nach Niederlage. Ja, das ist doch mal, versteht ihr, das ist zackum, packum. Kann man nichts sagen, da geht's ab. Bayern gegen Frankfurt im dritten unentschiedenen Folge. Ja, ja. Iranische Skifahrerin. Maul, Alter. Interessiert das. Neuer Kreativdirektor bei Gucci. Gucci kaufe ich mir eh nicht. Wann sich eine Lebensversicherung rechnet. Ja, ha, ha, Lebensversicherung. Ich investiere lieber in Betongold, da weiß ich was ich hab. Mutmaßlicher Insiderhandel. Verdacht gegen Guerrella. Ach, Geschäftsmodell Leopard 2. Das mobile Arbeiten wird uns härter treffen als die Rezession. Ja, ja. 2000 Jahre beim Baden, Edelsteine verloren. Ja, ist doch gut. Äh, ist dein Glas Wein schon zu viel? Ach, dein Maul, Alter. Debatte über Kampfstätten der Ukraine. Ja, ja. Internet suchen als Indiz in einem Mordfall. Was, Google, wie schnell fängt eine Leiche an zu stinken? Das ist ja geil. Steht ihr? Wenn du bei Google danach suchst, wie schnell eine Leiche anfängt zu stinken, dann machst du dich verdächtig. Also, dann ist das ein Indiz, dass du einen Mord begangen haben könntest. Nicht schlecht. Verbraucher nutzen Geräte länger. Smartphone-Auslieferung. DualSense Edge für Playstation. Maul. Überprüfung der Academy. Oscar-Nominierung von Andrea Ricebro. Besuch beim russischen Regisseur. Herr Brennikow. Ja, ja. Mit der Firma in den Alpen. Bla. Frag ein Menschenrechtler. Bla. Ausbildungsstadt Uni. Bla. Ja, blöde Kuh. Mach doch Ausbildung. Schufte doch. Schlepp doch. Versteht ihr? Schlepp dir doch den Rückenkontroller. Bin ich gut so. Endlich mal. Versteht ihr? Das nenne ich mal eine wirkliche Innovation und Gleichberechtigung der Geschlechter. Frauen, die schleppen. Yes. Spenden sammeln in Innenstädten. Ach, mir doch egal. Worauf soll ich beim Arbeitsvertrag achten? Ach. Mythos und Wahrheit. Es tut uns leid, Pocahontas. Ist mir doch egal. Nazis, quere Menschen verfolgen. Seht ihr? Jetzt ist sogar der Holocaust quer gewesen. Aber ich hab mir so überlegt, nachdem sie ja jetzt eh alles mögliche zum Holocaust erklären. Versteht ihr? Es gibt ja jetzt nicht nur den Holocaust an den Juden. Es gibt ja auch den queren Holocaust und den Holocaust in der Ukraine und den Holocaust in Armenien. Ich will gar nichts sagen dagegen. Aber unterm Strich ist doch auch nicht mal der Holocaust das, was er mal war. Versteht ihr? Früher, wir haben ja noch so Schindlers Liste geguckt und waren ganz entsetzt und ergriffen. Und nie wieder. Und oh mein Gott, wie konnte das passieren? Aber mittlerweile ist ja der Holocaust auch eine inflationäre Ware. Irgendwann mach ich meinen Portemonnaie auf und da fallen 20, 30 Holocaust raus. Stiftung Warentest. Das sind die besten elektronischen Zahnbürsten. Ich hab eine geile elektronische Zahnbürste, die ist so mehrstufig regelbar. Die kann man einstellen von ganz hart so drrrrrr bis ganz weiß so bzzzzzz. Ja, meine Zahnbürste ist die Macht. Ohne Fleisch und Tier ist gut. Ja, ja. Wisst ihr, was ich den größten Witz finde? Ich fordere ein Gesetz, also das würde ich sogar eine Partei wählen, dass irgendwelche Dullis irgendein Abfallprodukt aus so Pflanzenfraß machen und es dann als irgendein Fleisch verkaufen. Versteht ihr? Das ist doch absurd. Fleisch ist Fleisch, wenn es Fleisch ist. Ansonsten ist es vielleicht Fleisch imitat. Versteht ihr? Es gibt doch auch Begriffe wie Feta. Feta ist gesetzlich geschützt. Feta ist ein bestimmter Käse nach einer bestimmten Rezeptur aus Griechenland. Aber warum ist Fleisch nicht geschützt? Ich will, dass Fleisch geschützt ist. Ich will nicht irgendwelchen veganen Dreck essen. Weigere mich. Bund und Länder, ein Euro-Ticket erst einmal. Ach, mir doch egal. Wisst ihr was? Dieses Ticket, das könnt ihr euch echt sonst wohin stecken. Ich habe so keine Triebung auf dieses Ticket. Haut doch ab mit eurem Ticket. Ah, seht ihr? Das Buch von Prince Harry ist auf Platz 1. Die Liebe ist. Das ist ein Thema, da kannst du heute noch richtig trollen. Versteht ihr? Irgendwelche... Ich meine, es gibt ja verschiedene Arten von Konservativen. Die sollen auch nicht alle über einen Kamm scheren. Aber es gibt so diese Rolls-Fans. Rolls-Fans sind irgendwie so der Meinung, ja, man muss sich unterordnen. Versteht ihr? Harry ordnet sich aber nicht unter. Ihr Gewürzgürkenprüfer. Nehmt das. Und jetzt ein Buch auf Platz 1. Richtig so, ich habe mir das Buch auch gekauft. Ich habe es mir nicht angehört. Das ist bisher nur so... Vielleicht die erste Stunde, aber... Und wahrscheinlich werde ich es noch nicht weiter anhören. Eigentlich sind die Rolls totlangweilig. Aber ich liebe es. Die Skandale der Rolls. Wir haben es mit einer echten Gesundheitskrise zu tun. Ah. Dicke britische Kinder. Ja, mal, ja. Alter Schwede, mein Nachbar, der Alex. Ey, der hat so, der hat so zugenommen. Kannst du rollen mittlerweile. Der Alex war immer so ein bisschen pummelig. Also ich habe ihn auch früher mal so zum Spaß dicker Serbe genannt. Aber mittlerweile kannst du den Alex rollen. Und das scheiße, der... Ich kenne das, wenn jemand sehr dick geworden ist, in kurzer Zeit. Und dann, 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 dann schaukelt er so beim Gehen, weil sich sein Muskelapparat noch nicht so an das Gewicht gewöhnt hat. Und seine Jacke spannt sich so seitlich auf wie ein Zelt so. Alter Schwede. Und jetzt seht ihr das hier, das finde ich ja ganz furchtbar. Seht ihr diese völlig unweibliche Dürre-Troller, dieses Dürre-Hohn. Alter. Wer will dieses Dürre-Hohn in diesem Outfit sehen? Nee, bitte geht weg. Und seht ihr, jetzt, bis vor ein, zwei Jahren war das ja noch so, Sexismus, das ist alles Sexismus. Immer so, Frauen müssen so, Frauen müssen viel, viel Stoff tragen, sonst ist es Sexismus. Verstehe, jetzt vor allem, ist das hier Selbstermächtigung. Ja, lieber Spiegel, entscheid dich mal, was es ist. Also, irgendwie ist dieses Ding mit dem Sexismus in die Hose gegangen. Der Trend, der hat nicht lange gehalten. Panzer mit Popel. Ja, da ist der Panzer und da ist der Popel. Dieser Typ, dieser D-Gericht, der geht mir tierisch auf und sagt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ist unser Sohn gefühlt stark oder therapiebedürftig? Anja Klaus, therapiebedürftig bist du in Wahrheit, du Mann. Du bist eine der Redakteurinnen vom Spiegel. Wen interessieren irgendwelche Beiträge im Spiegel? Über dich und deinen Scheißsohn, Mann. Aachen ist die perfekte Stadt für einen Wochenendtrip. Naja, von mir aus. Sehen und gesehen, wenn die Heizung auf Automatik läuft. Besten Staubsauger, mit oder ohne Akku. Williger ist besser. Pharao kommt nicht zur Ruhe. Das halte ich für ein Gerücht. Wie sie sagt, ein Geiselnehmer. Was verlangt der Geld? Ein Helikopter, ein Sachbearbeiter, der ihm die Grundsteuererklärung richtig ausfüllt. Ah, 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 ah. Was für ein, was für ein Schenkelklopfer. Seht ihr, das ist Vokumor. Es ist so verblödet und scheiße so. Was soll das hier sein? Sieht aus wie so ein Motherboard vom PC, oder was soll das sein? Alter Schwede, seid ihr scheiße, versteht ihr? So, Bad Taste als Kunst, oder was? Oh, das ist klar. Ja, meine Zuschauer, es ist nicht zu fassen. Naja. Ja, meine Zuschauer, es ist nicht zu fassen. Ja, meine Zuschauer, es ist nicht zu fassen. Ja, meine Zuschauer, es ist nicht zu fassen. Ja, meine Zuschauer, es ist nicht zu fassen.